Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Zuletzt traten Herr Zurgs, wenn falsche Zeugen uns sprachen. Untertitelung des ZDF, 2020